Moin Leute und jetzt willkommen zu einem weiteren Video hier aus dem Abenteuer Hotel und jetzt viel Spaß bei der Hotelvorstellung von diesem wunderschönen Hotel im Heidepark Resort. Schöne Grüße aus dem Heidepark. Ich bin der Clown Ivo und das ist unser bester Freund Bumbo. Wir hatten jetzt bereits einen schönen Tag im Heidepark und beziehen jetzt unser Zimmer. Also viel Spaß bei der Roomtour. Wir haben das Zimmer 325, ein Dschungelzimmer und jetzt gibt es eine kleine Roomtour für euch. Hier ist das Badezimmer. Hier ist die Dusche. Hier hat man einen Kleiderschrank. Dann kommt man hier in den großen Hauptbereich. Wir haben leider keinen Parkblick, das kann man irgendwie nicht extra buchen oder wir haben es einfach nicht gesehen. Auf jeden Fall hat man hier den Fernseher und auch noch eine Badewanne tatsächlich. Im Zimmer habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber naja, wir schauen uns jetzt erst mal noch ein bisschen im Hotel um. In dem Abenteuer Hotel gibt es auch verschiedene Zimmer. Wir haben hier zum Beispiel ein Dschungelzimmer, es gibt aber auch noch Dämonenzimmer oder Drachenseem leicht gemacht oder Peppa Pig. Also es gibt auf jeden Fall für jeden das passende Zimmer. Da ist dann auch bei uns jetzt zumindest eine Badewanne drin. Ich weiß allerdings nicht, ob das in jedem Zimmer so ist. In den Vierbettzimmern wahrscheinlich nicht. Auch ganz praktisch ist die ganze Online-Reservierung. Man kriegt nämlich vorher per E-Mail, ob man schon online reservieren möchte. Man kriegt eine Benachrichtigung, sobald das Zimmer fertig ist und man kann auch direkt das Frühstück und das Abendessen reservieren. Dann müsst ihr das nämlich hier nicht mehr vor Ort tun. Apropos Abendessen, das ist nämlich jetzt auch da, wo es für uns hingeht. Also hier ein paar Impressionen von dem schönen Buffet beim Abendessen. Untertitelung auf diagonal TikTok. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir kommen jetzt gerade vom Abendbuffet und das ist natürlich nicht das Einzige, was das Hotel hier zu bieten hat. Es gibt auch noch einen eigenen Parkeingang und diverse Möglichkeiten für Kinder. Beim Abendbuffet habt ihr anderthalb Stunden Zeit und könnt dann so viel essen und trinken, wie ihr wollt, wenn ihr das dazu gebucht habt. Allerdings empfiehlt sich etwas früher da zu sein, als der eigentliche Timeslot ist. Also bei uns war es zumindest so, dass da eine Riesenschlange war und wir dann erst um 10 Uhr nach quasi den Tisch hatten und dann nur 1 Stunde 20 statt 1 Stunde 30 am Tisch sitzen konnten. Für die Kinder gibt es hier auch noch ein Spaßbad, so wie eine Maze, wo man durch Laserstrahlen durchgehen muss und eine Schatzsuche, in der man durchs ganze Hotel gefüllt wird, gibt es auch. Das Hotel ist in drei verschiedene Blöcke aufgeteilt. Es gibt einmal den Mittelblock, den Südblock und den Nordblock war es, glaube ich. Das sind dann diese verschiedenen Türme. Da müsst ihr am Anfang direkt aufpassen, wo euer Zimmer liegt, denn da gibt es verschiedene Fahrstühle bzw. Treppenhäuser. Also man kommt zum Beispiel mit dem mittleren Treppenhaus nicht in den Nordturm. Deswegen muss man da wieder runtergehen. Und wenn ihr dann in den Park wollt, müsst ihr einfach quasi vom Haupteingang nur einmal geradeaus die Treppen runter oder mit dem Aufzug eben hier runter. Und dann gibt es hier so einen schönen Außenbereich und wenn man ein bisschen geradeaus läuft, hat man dann hier diese Scanner und den Außenbereich kann man, wie ihr seht, hier auch noch nach dem Abendessen ohne Probleme betreten. Neben dem Buffet-Restaurant, wo ihr morgens sowie abends esst, gibt es zudem auch noch eine Bar. Wir kommen jetzt gerade vom Frühstücksbuffet hier im Abenteuer Hotel im Heide Park. Naja, es ist auf jeden Fall ganz okay, ist jetzt aber nichts Überragendes. Auch die Qualität ist jetzt nicht sonderlich besonders, aber jeder sollte auf jeden Fall was finden. Auch hier gilt wieder etwas früher da sein, weil sich sonst wirklich Massen da hinstellen und warten, bis sie endlich einen Platz bekommen. Insgesamt also ein sehr solides Hotel hier im Heide Park. Es gibt natürlich so ein paar Punkte, die noch verbessert werden könnten. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne mal in die Kommentare stellen. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß bei dem Vlog aus dem Heide Park. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020